Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr seht schon an meinem T-Shirt, um was es heute gehen wird. Es gibt heute wieder eine kleine Reaction. Ich bin auch diesmal wieder fünf Tage zu spät. Das tut mir saurig, aber ich habe den Track noch nicht gehört. Ich hoffe, ihr auch noch nicht. Deswegen lehnt euch zurück. Genießt diese kleine und saftige Reaction. Ich habe euch ja im letzten Video eigentlich versprochen, dass ein bisschen was anderes kommt. Deshalb bin ich gerade noch dran. Wird noch ein paar Tage dauern. Aber, Freunde, wir machen jetzt noch mal eine saftige Reaction. Wie gesagt, T-Shirt ist schon an und ich würde sagen, wir gehen rein. Video wird wahrscheinlich auch nicht lang gehen. Heute Track geht drei Minuten vierzig. Ich habe Bock. Let's go. Es gibt leider kein offizielles Musikvideo. Es gibt nur so ein animiertes Video. Deswegen brauche ich es eigentlich gar nicht groß machen. Wie gesagt, fünf Tage zu spät. Und Bilanz ist eigentlich auch wieder ganz gut. Gut, 591 Likes zu 15 Dislikes. Ich habe jetzt den Track von dem Sway Sounds Kanal genommen, weil bei Will Sparks selber gibt es nur ein Standbild. Und ich dachte mir, mit einer kleinen Animation ist es vielleicht noch ein bisschen geiler. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Track sein wird. Ich würde sagen, let's go. Okay. Geht wieder direkt los. Komm, wir machen groß hier. Er erinnert sich schon ein bisschen an den Track Close. Und er geht halt die Techno-Richtung. Ich finde die Tracks von ihm echt ultra, ultra sick und ultra geil. Auch zum Streamen oder generell im Livestream rauszuballern. Aber mir fehlt ein bisschen so die Abwechslung, muss ich sagen, in letzter Zeit. Wie zum Beispiel Fat Beat. Ich glaube, den Track kennt ihr auch. Dazu habe ich auch, glaube ich, eine Reaction gemacht. Wir können mal kurz reinhören. Also geht halt schon wieder in die Elektro-Richtung. Sowas. Sowas feiere ich unnormal. Oder hier zum Beispiel mit Steve Aoki. Send it. Send it. Das waren für mich so absolut kranke Tracks, auf die ich so ewig gewartet habe. Wo er es angekündigt hat. Kick. Boah, Junge. Was ist das? Mich würde nur interessieren, wo er die ganzen Sündzimmer herbekommt. Die sind ja geisteskrank, man. Das ist immer richtig dunkel. Funky Pills, baby. Funky Pills, baby. Also der Track, der ähnelt sich auch, wie beim vorletzten war das, glaube ich, Kumon oder so hieß der. Ist auch ziemlich ähnlich oder ähnlich aufgebaut. Also wie gesagt, ich feiere sowas zwar, aber ein bisschen Abwechslung, wie vorhin schon gezeigt, irgendwas mit hier sendet oder Fatbeat, wäre halt schon mal wieder geil. Und das ist auch geil. Boah, geil, Mann. Be媽媽, Brooklyn. Begone so viel raus. Let's go, Brüder. Ey, es ist schon wieder komplette Zerstörung. Geile Kick auf jeden Fall. Ja, die Leute feiern es wieder. Irgendwie kackt mein YouTube-Pod wieder ab. Crazy-Track auf jeden Fall. Ich habe gerade gesehen, Featuring Short Round, auch noch nie was von dem gehört. Können wir mal reinlurksen, was der so macht. Also wir machen gerade eine Reaction in zwei. Macht das Sinn? Nein. Okay, Junge, was macht der für kranke Musik? Auf jeden Fall, Track gefällt mir. Werde ich mir auch auf jeden Fall wieder kaufen. Auch wenn ich fünf Tage zu spät bin, Freunde. Support ist kein Mord. Und die 1,29 tun nicht weh. Das war's mit dieser kurzen Reaction. Auch wenn es wieder ein bisschen kreuz und quer war, wie ihr es von mir mittlerweile erkennt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Meinung, Feedback rein in die Kommentare, Freunde. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn es wieder ein bisschen kreuz und quer war. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gerne Daumen nach oben da lassen. Ich melde mich ab. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Peace. .